Bisschen zackig, komm. Bisschen zackig, auf. Was? Als ich in ihrem Alter war, da war ich viel fitter. Ah, dann mach selber. Scheiße, ja, das geht. Braucht ihr immer so lang, ey. Das könnt ihr die Sachen behalten, ey. Mein Gott, ey. Geht das nicht ein bisschen schneller? Mensch, so langsam wie ihr seid, da lasse ich mich lieber einschläfern in dem Alter. Ach, Scheißdreck da. Die sind viel zu alt, da lasse ich mich direkt einschläfern bei sowas. Entschuldigung, sonst könnte ich mir kurz meine Schuhe binden. Kann mich nicht ducken. Mach du was, ich hoffe. Ist echt kalt, kann sich ein bisschen beeilen, ey. Boah, jetzt kriegen die Klöten ein, ey. Hat doch ein bisschen schneller gehen können, ne? Hoppla. Hopp, hopp, hopp. Alles gut. Musik Ach, scheiße, ach. Oh, sorry. Mädels, beeilt dich mal bitte. Ja, das sind ja meine Nacktschnecken zu Hause, schneller. auf bisschen schneller zack zack kommt da oben ist eine kamera wir haben das aufgenommen korrekt jungs sauber könnt gerne vorbeischauen lwg tv auf youtube schönen tag euch noch was hast du benutzt du die drücke zum falschen bein ok alles klar schönen tag noch tschüss viel spaß schön danke schön danke schön danke schön danke ja 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 ja